Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Karriere nach Maas. Heute zum Thema Waldbaden. Tja, Hype oder Methode, was steckt dahinter? Mittlerweile, ich habe ja dieses Thema, ich denke so im letzten Sommer irgendwann in die Themenliste aufgenommen und dann auch die Termine angelegt. Und seitdem bin ich natürlich mit dem Thema auch innerlich beschäftigt. Und es mehren sich gerade sehr viele Berichte über das Waldbaden. Also ich habe, glaube ich, da den richtigen Riecher gehabt. Und so, ja, Hype oder eben Methode, das ist so die große Frage bei unserem heutigen Thema. Ja, und ich habe selber diese Methode die letzten Tage ausprobiert. Trotzdem wir auch nicht immer durch das Wetter hatten. Ich sitze ja hier im Ruhrgebiet in Oberhausen, tja, relativ nah an der Ruhr und auch gar nicht so weit von der Ruhrmündung in den Rhein oder Rheinmündung der Ruhr. Wie auch immer man das Ganze am großen Rhein-Orange auch bezeichnen will. Und, ja, von daher, wir haben hier sehr viel Natur und auch die unterschiedlichsten Möglichkeiten, da etwas auszuprobieren. So, ja, was haben wir alles eingepackt? Ja, hallo Ulla. Ja, und wie immer, erstmal natürlich Zahlen, Daten, Fakten oder wer hat es erfunden? Seit wann wird denn darüber gesprochen? Wo kommt das her? Gibt es da irgendwie vielleicht sogar Bademeister für das Waldbaden? Brauche ich ein Handtuch oder ein Saunatuch oder was auch immer? Wie gehe ich mit der ganzen Sache um? Da werden wir uns gerade im zweiten Teil, also wie funktioniert es und wie kann ich das unterstützen? Aber auch, was sind so meine persönlichen Erfahrungen? Dafür eben den zweiten Teil. Ja, und im dritten Teil, wie immer, drei Fragen an Dich, um den richtigen Ort zu finden für das Waldbaden, wenn Du Dich da gerne mal dran probieren möchtest. Und natürlich, wie immer, Zeit für Deine Fragen. Ja, die erste Frage erstmal, ja, an Dich, an Euch. Ja, wie genießt Du die Natur? Ist das relativ regelmäßig, dass Du sagst, naja, was soll schon ein Waldbaden dran sein? Ich spaziere ohnehin jeden Tag zwei Stunden, habe einen Hund oder ähnliches, gehe joggen, und dann, ja, sammle Wildkräuter oder andere Dinge. Ja, oder bist Du vielleicht, ja, eher der Fall für das Kästchen links unten, Natur bloß nicht. Hauptsache alles schön mollig, warm und klimatisiert, bloß nicht nach draußen gehen. Aber vielleicht kannst Du dann dem Thema heute doch noch ein wenig etwas abgewinnen. Ja, also, ja, ruhig mal in sich gehen, überlegen. Und wir starten auch direkt mit Zahlen, Daten und Fakten. Ja, das Waldbaden, ich hatte es gerade schon erwähnt, das wird zunehmend diskutiert. Ich habe das jetzt im Herbst bei einer Zeitschrift zum Beispiel entdeckt, die als Kundenzeitschrift eines Drogeriemarkts herausgegeben wird. Es mehren sich Artikel auch im Internet, aber auch natürlich eben, ja, zum Beispiel Stresscoaches, die das anbieten. Also ein Trend offensichtlich, auf den auch gerne aufgesprungen wird. Und auf den ich natürlich auch aufmerksam wurde, vor, ja, knapp einem Jahr. Ja, und das dann aber nicht so wahrgenommen habe. Man muss sich auch nicht mit allem beschäftigen. Bin aber über das Thema Karoshi wieder zum Waldbaden zurückgelangt. Denn in Japan nennt man das Shinrin-Yoku. Und dort ist es nicht nur erst seit Oktober 2005 bekannt, sondern es wurde schon, also der Aufenthalt in der Natur zum Stressvorbeugen und zum Stressabbau eben möglichst in Wälder zu gehen, schon in den 80ern empfohlen. Aber es gab da eben auch noch nicht den Begriff des Waldbadens, was eben Shinrin-Yoku bedeutet. Nun, was sehen wir hier? Ich habe Google Trends gefragt. Das ist immer sehr interessant, um zu sehen, ja, wie so ein Schlagwort vielleicht auch seinen Verlauf im Zeitablauf nimmt. Und ja, das geht halt dann nur mal bis 2004 zurück bei Google in dem Trendbarometer. Und man sieht, die erste Erwähnung im Internet waren dann gleich doch mehrere Nennungen. Also hier unten auf der Leiste, das ist also quasi weltweit das Auftauchen des Begriffs Shinrin-Yoku. Und wo es auch in der englischsprachigen Welt zum Beispiel auch verwendet wird. Und dann war erst mal eine Zeit lang nichts, so bis 2008. Ja, da haben wir also hier eine riesengroße Lücke dazwischen. Und dann gab es aber so einen sprunghaften Anstieg. Jetzt müsste ich gucken, wann das genau war. Ich schätze mal hier 2014 rum. Also da sieht man hier, geht es dann doch langsam ab. Und ja, Google sagt, es ist ein wachsender Trend im deutschen Sprachraum. Der Begriff Waldbaden, da sieht man ganz lange nichts. Und im Juni 2008, also gerade mal mit einer, keine Ahnung, 5 Prozent vielleicht oder sowas. Also das heißt dann immer, dass es auf so und so viel Prozent der deutschsprachigen Websites oder Portale mit einer gewissen Relevanz gefunden wird. Freilich nur die, die natürlich beim Google-Algorithmus erfasst werden und wo die Daten dann eben auch verarbeitet werden. Dann passierte relativ lang wieder nichts. Und dann sehen wir auf einmal hier, ging dann die Post ab 2017. Und ja, hier im Augenblick der Trend wieder ein bisschen rückläufig laut Google. Aber ich denke, klar, das ist jetzt einmal durch viele verschiedene Medien gegangen. Redaktionen werden das Thema aufgenommen haben und ja, mal sehen, wie sich die Waldbewegung hier sozusagen etabliert. Ah, ja, vielleicht ist noch eins wichtig zu erwähnen. Ich habe es extra als Blase hier reingebracht. Also ungefähr fünf Millionen Rezepte jährlich werden in Japan für Shinrin-Yoku ausgestellt. Das heißt also, man bekommt das Waldbaden auf Rezept. Und das heißt natürlich, offensichtlich muss es da dann auch Mediziner oder heilende Menschen geben, die den Patienten das Waldbaden eben auch näher bringen. Und damit kommen wir schon gleich zum zweiten Punkt, nämlich zu den Elementen des Waldbadens. Und ja, vielleicht noch wichtig, die Grafik habe ich noch aus dem letzten Webinar, aus der letzten Karriere nach Maß mit rübergeschleppt. Denn was soll denn das Waldbaden? Also ja, wir haben schon gehört, es soll Stress senken. Es soll Stress auch vermeiden, also Resilienz aufbauen, indem wir natürlich uns auch in der Achtsamkeit üben. Und Achtsamkeit heißt natürlich auch, eine Einheit herzustellen von Denken, Fühlen und Handeln. Und ja, das Einfachste ist zum Beispiel, ganz bewusst sich irgendetwas anzuschauen. Ich habe auch gleich mal ein paar Tipps mitgegeben, was ich so mache, wenn ich Waldbaden betreibe oder mich in der Natur bewege. Oder wie es einem dann vielleicht auch leichter fällt, ja, den Fokus wirklich auf das Hier und Jetzt zu bekommen und nicht mit den Gedanken im Büro, in der Mailbox oder irgendwo anders zu sein. Denn wenn wir diese Einheit haben, aus Denken, Fühlen und Handeln, dann ist unser Gehirn total happy. Es muss nicht mehr arbeiten, es hat keine Problemlösungen. Problemlösungen, das ist dieser Umzustand, den man schlichtweg auch in der Meditation hat. Und darum geht es eben mit dem Waldbaden. Also wirklich runterzukommen, bewusstes Jetzt zu genießen und natürlich auch die frische Luft der grünen Lunge, der Städte und der besiedelten Gebiete zu genießen. Gerade in den Großstädten. Und es muss nicht immer, so viel sei verraten, der super Nationalpark sein oder ähnliches. Es reicht zum Waldbaden eigentlich auch im Park aus. Aber ja, vielleicht ist es natürlich in einem Stückchen Wald noch ein bisschen anders, was man da so machen kann. Ja, und damit eine weitere Frage. Wenn du spazieren gehst, wo gehst du gerne spazieren? Dann sind es also eher, ja, ich kenne Menschen, die gehen gerne über alte Friedhöfe. Ja, weil sie sagen, so diese alten Steine. Ich persönlich habe so einen Friedhof, den ich häufiger mal aufsuche. Ja, in Essen-Kettwig ist der auf dem Hügel. Da muss man erst durch wieder ein Waldstück, durch ein ganz, ganz wildes Waldstück hin. Und das ist ein jüdischer Friedhof. Also der wird schon lange nicht mehr genutzt. Dann lege ich halt auch immer Steine auf die Grabmäler drauf. Und das machen viele andere Leute auch. Also als Zeichen der Erinnerung an diese Menschen, die ich ja gar nicht kenne. Aber ja, auch aus Respekt vor dem Ort. Und das ist ein wunderbar ruhiger Ort, an dem man keinen Straßenverkehr mehr hört. Man sieht einfach nichts. Ja, man hat das Gefühl, man ist alleine auf der Welt. Man sieht keine Straße, keine Häuser. Das ist wirklich mittendrin im Wald. Und das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte. Also wenn du schon so ein bisschen naturnah, vielleicht in den Flussauen oder ähnliches spazieren gehst, dann wirst du schon ein bisschen so die Sensibilität dafür haben. Und darum geht es um einen bewussten, achtsamen Spaziergang im Wald, in der Natur. Also je wilder, desto besser, weil desto mehr Tiere werden wir wahrscheinlich sehen. Klar, die könnten wir im Zoo auch sehen. Aber im Zoo sind die Tiere eingesperrt und nicht in ihrer natürlichen Umgebung. Und es geht ja eben um den Einklang auch mit der Natur. Wobei ich bin früher mal gerne im botanischen Garten zum Beispiel auch gerne drin gewesen. Ja, im Tropenhaus auch ganz toll. Und dann sind die Geräuschkulissen. Also auch da kann man Wald baden. Also man hat ein vollkommen anderes Klima. Und ja, hat also auch ganz viel zu gucken. Ganz viel an Tieren, was da rumkreucht und fliegt, wenn es ein größeres Tropenhaus ist. Also hier haben wir zum Beispiel in der Gruga in Essen ein relativ großes Tropenhaus. Und es ist auch sehr schön im Winter, weil es dann so angenehm kuschelig warm drin ist. Und natürlich eine feuchte Luft, die dann auch Herausforderungen an die Bronchien stellt. Gut, ja, damit haben wir schon einiges vorweggenommen. Wie funktioniert das Wald baden? Und ja, was mache ich da dafür? Also ich weiß aus Erfahrung heraus, dass es mir früher in sehr, sehr stressigen Zeiten unheimlich schwer gefallen ist, mir a, die Zeit zu nehmen, zu sagen, ja, ich gehe jetzt spazieren und b, dann auch abzuschalten. Und genau da sollten eben Menschen mit dem Wald baden quasi auch abgeholt werden. Es gibt übrigens auch Waldbademeister oder Meisterinnen oder Menschen, die halt in der Natur Führungen machen, um zum Beispiel die Vögel, Vogelarten zu bestimmen oder Pflanzen zu bestimmen, Heilkräuter zu identifizieren. Auch sowas mag einem dann auch, ja, vielleicht ein sehr, sehr guter Einstieg sein, um wieder überhaupt mit der Natur so in Verbindung zu kommen. Denn wir sind ja quasi komplett abgekoppelt von der Natur, schon allein, dass wir Schuhwerk tragen. Ja, also gerade so im letzten Sommer bin ich sehr, sehr häufig barfuß gegangen und barfuß über eine leicht feuchte Wiese. Zum Beispiel morgens zu gehen ist, ja, ist wirklich ein Genuss, das aktiviert ganz, ganz vieles. Und man kann natürlich auch barfuß im Sommer, jetzt um die Jahreszeit empfiehlt es sich nicht so, natürlich auch im Wald spazieren gehen, weil man auch ganz anders sich, ja, mit der Natur verbindet. Ja, ich habe so vier Punkte als Wesentliches, sag ich mal, aufgestellt, was wir brauchen zum Waldbaden. Und ganz wichtig ist, wir müssen uns nicht ausziehen und wir springen auch nicht ins Gebüsch rein, sondern es geht wirklich um die Erdung und ja, vielleicht hast du schon mal so einen Baum mal umarmt. Ja, also man sagt ja, man spürt die Lebensadern, es kommt ja wirklich viel Wasser quasi hoch und die meisten Bäume kann man ja auch anritzen und dann kommt dieses Harz raus, ja, beziehungsweise eben ja der Saft, also bei der Birke oder beim Ahorn, ja, der Honig, Birkenzucker und Ahornsirup beispielsweise, die werden ja auch genau so gemolken. Also da fließt richtig was durch und natürlich deswegen, naja, in einem Park macht man es vielleicht als erwachsener Mensch nicht mehr, sich um die nächste Weide vielleicht drumherum zu stellen und sie zu umarmen. Wenn ich aber im Stadtwald bin und bin vielleicht so auf einem kleineren Pfad fernab des Weges und fühle mich unbeobachtet, dann traue ich mich vielleicht auch mal, genau das auszuprobieren. Und darum geht es, sich wirklich zu erden und möglichst viel bewusst das jetzt, den Einklang mit der Natur auch zu erleben. Also ich spreche zum Beispiel dann auch gerne mit wilden Tieren, als wären sie meine besten Kumpels und dann manchmal das Gefühl, sie hören mir sogar zu. Irgendwo emotional schwingt da was mit. So, ich habe natürlich ein paar Bilder auch immer in den Hintergrund mit reingebracht. Das ist hier übrigens so eine ganz klassische Parkanlage von Schloss Gracht in, ja, bei Köln. Wie heißt es denn jetzt? Sehr schön. Schloss Gracht, Schloss Erftstadt, genau. In Erftstadt, wunderbare Parkanlage. Man sieht hier so einen englischen Garten. Warum heißt der englischer Garten? Weil der im Gegensatz zu einer klassischen deutschen Anlage keine Beeteinfassungen aufweist. Also der Weg hier sozusagen so fließend übergeht. Natürlich kann man auch hier schon super gut Wald baden. Und ja, man sollte sich Zeit nehmen. Mindestens 20 Minuten. Und bitte einfach kein Hörbuch dabei hören oder telefonieren. Auch das sehe ich häufig. Sondern wirklich diese Natur jetzt genießen. Ich werde auch gleich ein paar Tipps verraten, wie man vielleicht einfach auch den Fokus dann auf die Natur lenken kann, indem man sich nämlich kleine Aufgaben stellt. Und da sind wir schon beim zweiten Element. Ja, der Ort. Also wie gesagt, da kann halt wirklich hier so ein Kurpark sein. Das ist jetzt hier, nee, Bad Sassendorf ist das nicht. Irgendein Kurpark. Auf jeden Fall im Frühling. Und da haben so wunderbar schön diese blauen Blümchen überall geblüht. Aber man sieht hier auch noch, also ja, nicht so der ursprüngliche Wald, sondern eben auch eine gepflegte Anlage. Aber wie gesagt, auch das hilft vollkommen, zum Beispiel auch mal sich hinzustellen und einfach in diese Baumkronen zu schauen. Ja. Oder sich noch wie so ein Kind dabei irgendwie umzudrehen. Ja, sodass einem vielleicht sogar ein bisschen schwindelig bei wird. Das erdet ungemein. Ja, genau. Das ist auch toll, wie es Baden. Ja, es hat auch viele Parkanlagen. Überhaupt haben wir viele Parkanlagen. Hier im Ruhrgebiet beispielsweise sind viele Bahntrassen in den letzten Jahren rückgebaut worden. Und da sind dann Fahrradwege oder Fußgängerwege entstanden. Ich habe ganz vergessen, aus dem Birkenwäldchen hier ein Bild heute einzubauen. Einer meiner liebsten Orte. Das ist ein altes Bahngelände. Da waren also, ich weiß nicht, so zwölf, vierzehn Gleise nebeneinander. Es wurde also für Hütte und Stahlwerk umgeladen. Und die Schienen sind halt entfernt worden. Es sind Gehwege, aber so lockere, so so, ja, mit, also jetzt nicht gepflastert, sondern so plattgewalzt halt mit ein bisschen, ja, Schutt, Sand und so weiter, Kies in unterschiedlichsten Arten und Weisen. Und es stehen da wahnsinnig viele Birken. Und die sind irgendwie, haben die sich da selbst gepflanzt. Also die sind nicht in irgendeiner Linie. Und das sieht total toll aus, dass man quasi den Birkenwald vor lauter Birkenstämmen nicht mehr sieht. Unheimlich erdend. Ja, also es kann der Stadtwald sein. Es kann natürlich wirklich eben so ein Park sein oder so eine, ja, umgesiedelte Geschichte, die wir haben hier. Eben, wie gesagt, diese Bahntrassen haben wir sehr viel hier einfach im Ruhrgebiet. Natürlich im Berliner Raum. Da gibt es ja wunderbar, kann man ganz toll lang das Mauer, also das ehemalige Mauergelände. Das ist ja fast durchgängig Fahrradweg geworden, ein schmaler Streifen. Auch da ist man quasi mit einem Schritt in so eine Nebenstraße rein, auf einmal mitten in der Natur. Und das ist einfach wichtig, sich die Auszeit auch zu nehmen. Und ich weiß es selbst aus diesen Zeiten, als ich früher sehr gestresst war, dass ich überhaupt nicht in der Lage war, mir die Zeit zu nehmen. Und das ist natürlich ein Trick, dass man sich eventuell auch Aufgaben stellt. Und da sind wir schon bei meinen Beispielen. Zum Beispiel habe ich hier, das habe ich schon relativ lange, das habe ich mal vom Bambachsee oder vom Wolfsee, einer der Vierseen, der berühmten Sechseen-Platte, die eigentlich nur aus Vierseen besteht in Duisburg. Und da gehe ich also auch sehr, sehr gerne Wald baden oder schlichtweg spazieren, oder sehr gerne auch alleine und schaut meistens ein wunderbares, schönes Blatt in Form eines Herzens. Und ich kann mich bis heute daran erinnern, da war ich mal nicht alleine unterwegs. Und das war im Oktober 2016, als ich dieses Blatt einfach gefunden habe und gedacht habe, Mensch, das sieht ja aus wie ein richtig schön, so ein langes Herz. Und es liegt bis heute in der Schale bei mir im Wohnzimmer. Also ich kann mich nicht von dem Blatt trennen. Also schlichtweg zu sagen, heute, ja, also im Herbst natürlich, sollte man schauen, dass man dann vielleicht, ja, Blätter sammelt. Kann man einen tollen Kranz auch machen, die zu Hause auf Blumendraht aufziehen und den halt noch zu Dekorationszwecken beispielsweise nutzen oder an die Haustür hängen für einige Wochen. Oder jetzt kommt ja als erstes quasi, wenn die Brennnesseln wieder rauskommen, Brennnesseltee, Brennnesselspinat. Sehr, sehr toll. Und gerade von den Wildkräutern. Bitte nur, wenn man Wildkräuter sammelt, immer darauf achten, gerade in Waldgebieten, wo auch Füchse und so weiter unterwegs sind, erst ab ungefähr 70 Zentimeter, so ab Knie oder Mitte des Oberschenkels, ab der Höhe abzapfen. Denn ansonsten könnte eben auch, ja, irgendwie mal, ja, der berühmte Bandwurm oder irgendetwas verbreitet worden sein, was aber, ja, ich glaube, die Gefahr nicht allzu häufig ist, weil man ja auch noch zu Hause die Dinge reinigt. Ich persönlich esse auch mal eine Brennnessel mal unterwegs. Das klappt auch sehr gut. Da muss man nämlich nur die kleinen Blättchen quasi ein bisschen rollen und dann brennt das auch nicht mehr. Ja, Bäume umarmen ist natürlich eine tolle Sache. Wenn man sich das traut, dann muss man sich ein bisschen überwinden und sagen, ist ja ein bisschen lächerlich. Aber als Kind haben wir das alle mal mehr oder weniger gemacht, so einen dicken, fetten Baum zu umarmen. Das ist also eine tolle Sache, um wirklich sich zu erden. Tannenzapfen oder Blätter sammeln. Oder was ich gerne hier nehme, das ist zum Beispiel mein persönliches Reinorange, ein oranger Kieselstein aus dem Reim. Und der liegt bei mir immer am Kamin mit tatsächlich noch so ein paar anderen Exemplaren, die jetzt ja so nichts Tolles sind. Aber ich nehme mir gerne so eine Sache mit von einem Spaziergang, bei dem ich sehr gerne geerdet wurde. Oder ich mache mir so einen kleinen Zettel, hier so ein Post-it. Und dann kommt der Zettel im Prinzip mit Datum und dem tollen Erlebnis in mein Glücksglas. Und am Ende des Jahres packe ich diese Zettel aus. Und dann sind all diese tollen Momente nochmal da. Am Reinen habe ich richtig tolle Dinger gefunden. Zum Beispiel so einen abgebrochenen. Den kann man einfach so hinstellen. Oder einen schönen schwarzen Stein. Der ist also auch immer auf meinem einfachen Zettel. Ich glaube, der ist jetzt auch schon fünf Jahre alt. Reingestein, Reinorange. Da habe ich immer gedacht, ich mache mal irgendwas damit. Ein Bild oder irgendwas Kreatives. Aber die Kreativität, die besteht darin, dass dieser Zettel auf dem Kaminsims liegt mit den Steinen drauf. Ja, also das kann zum Beispiel helfen, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt hier ein paar Tannenzapfen oder ich möchte ein bisschen, was haben wir denn jetzt als nächstes hier, was so nach Knoblauch schmeckt. Und ja, kommt so wieder im März wieder raus, kommt man auch gleich wieder von den Wildkräutern her, dass man also sich dann sozusagen vielleicht damit beschäftigt, irgendetwas zu sammeln oder nach einem Stein zu suchen. Aber nur einen einzigen für diesen Spaziergang. Ja, und dann schaut man natürlich automatisch auf diesen Boden und man kommt herunter. Das ist das Wichtige. Beim Waldbaden geht es darum, in einer angemessenen Zeit mindestens 20 Minuten, optimale 90 Minuten natürlich oder gar noch länger. Aber es ist ja nicht, ja, vielleicht nicht immer machbar. Und es ist auch nicht notwendig, ja, am besten einfach täglich sich so eine Routine zu erarbeiten, zu sagen, da gehe ich jetzt mal hin. Ich persönlich gehe ja total gern in die Ruherauen und da komme ich auch durch so ein kleines Wäldchen durch und ein kleines Biotop, auch eine tolle Sache. Genau, Bäume umarmen ist eine super, super Sache. Nur man kann damit Zuschauende oder Passanten ein bisschen verwirren. Aber das macht nichts. Ja, man kann natürlich auch tolle Sachen machen. Es gibt zum Beispiel vom NABU, dem Naturschutzbund, ja, wie auch immer, Naturschutzbund, ja. Da gibt es eine super App, um Vogelarten zu bestimmen, ja. Also dann habt ihr automatisch den Fokus auf der Natur, zu sagen, sehe ich hier ein Rotkirchen? Oder ja, was ist denn das da überhaupt für ein Vogel? Und dann guckt man mal vielleicht, obwohl natürlich Internet, Handy zum Abschalten jetzt nicht ganz so toll ist, aber wir sind ja dann mit dem Fokus immer noch auf der Natur und schaut, Mensch, was ist denn das überhaupt für ein Vogel, den ich hier gesehen habe? Ja, und mit der Zeit, ja, lernt man viele Vogelarten, kann die auseinanderhalten, ja, beobachtet vielleicht auch, dass die einen eher höher im Baum sind und die anderen eher tiefer fliegen, all solche Dinge. Und dann seid ihr schon ganz nah dran bei dem, was eben damit auch gemeint ist. Wirklich im Jetzt denken, fühlen und handeln mit der Natur in Einklang zu bringen. Also bitte nicht darüber nachdenken, was wartet noch auf meiner To-Do-Liste oder ähnliches. Ja, und was ganz toll ist, jetzt im Winter nicht so zu empfehlen, das ist das Barfuß-Gen, weil Barfuß-Laufen erdet auch nochmal. Hier im Bild übrigens ist die Ruhaue, da war sie ein bisschen eingeschneiter, als es heute ist. Da hatten wir mal richtig viel Schnee, das war 2010, 2011 in dem Winter und da habe ich sehr, sehr viele Bilder gemacht. Und ja, man sieht, worum es geht hier. Ein kleiner Fehler ist im Bild, da hinten sieht man leichter einen Kamin, aber ansonsten, man schaut wirklich in viel Natur. Und das ist auch gut für die Augen übrigens, wer ganz, ganz viel am Bildschirm arbeitet. Ja, dann etwas, was ich sehr gerne mache, das ist hier ein Bild aus dem Ruhrpark, der ist bei mir um die Ecke. Auf einem alten Zechengelände hat man den schon, ja, kurz nach dem Krieg angelegt. Da war es dann erst ein Bolzplatz, dann sind dann bewusst ein paar Alleen angepflanzt worden. Und es ist so, ja, schon so ein Park, in dem auch heute sich noch die Jugend trifft. Und ja, viele einfach natürlich joggen gehen, spazieren gehen mit dem Hund oder ohne Hund. Und da stelle ich mich sehr gerne unter diese Bäume und gucke so in den Himmel. Es gibt so zwei, drei Ecken, an denen mehrere Wege aufeinander kommen. Und ja, diese Bäume so, ja, ein tolles Geflecht über einem bilden. Also das geht auch ohne Blätter. Und ja, man schafft es wirklich dabei gut abzuschalten. Ja, Brille abnehmen in der Natur, auch so eine Sache. Ja, möglichst eben auch Handy aus, wie gesagt, bitte nicht telefonieren. Dann seid ihr nämlich bei eurem Telefonpartner, beim Gesprächspartner und nicht wirklich da, wo ihr lauft, in der Natur. Und darum geht es, das ist nachgewiesen natürlich mittlerweile, weil die Japaner haben das ja quasi in der Krankenversicherung anerkannt, dieses Waldbaden, dass es wirklich, ja, Stresshormone abbauen hilft, Resilienz erhöht und damit einfach widerstandsfähiger für den Alltag macht. Also es gibt wirklich gesundheitliche Effekte. Ja, was kann man machen? Man kann einen Waldbademeister sozusagen noch kontaktieren. Einige stehen genau so im Internet. Wenn es die nicht gibt, ist natürlich die Möglichkeit, gibt es vielleicht eine Gruppe vor Ort, mit der ich mich vielleicht auch anschließen kann. Ich mache ja zum Beispiel ab und zu Walk-in-Talks über alte Zechengeländen. Und da reden wir dann über die schöne neue Arbeitswelt. Ja, also genau, wo wir die alte Arbeitswelt sehen, wie die Natur sich was zurückgeholt hat. Ja, was können wir daraus in die neue Arbeitswelt ins 21. Jahrhundert mitnehmen? Auch sowas ist natürlich möglich, um erstmal einen Zugang zu finden. Und was ganz toll ist, sind wirklich solche Wildkräutersammlungen oder Pilzsammler und so weiter oder Pflanzenbestimmungen oder vom Ornithologenverein Vogelbestimmungen, solche Dinge mal mitzumachen, um einfach wesentlich mehr zu lernen, was da los ist, selbst in einem Park. Nicht nur im, ja, sag ich mal, im Biotop oder im naturbelassenen Stadtwald oder Ähnliches. Oder wenn man es vielleicht auch in der Gegend hat, dass man noch so eine Art Ohrwald hat, also die bewusst nicht weiter bewirtschaftet werden, wo also Bäume einfach umfallen und liegen bleiben. Die sind natürlich richtig geeignet fürs Waldbaden. Also und erlaubt ist, was gefällt, wirklich mit allen Sinnen zu spüren, ordentlich zu riechen, anzufassen, auch die Textur von Blättern beispielsweise, mal so diese Adern anfassen, ist auch was Tolles. Also ich pflücke mir gerne auch mal so ein Blatt und nehme das einfach für den weiteren Spaziergang in der Hand und lass es so durch die Hand fahren. Gut, da habe ich den Baum mit verletzt, aber ich hoffe, er verzeiht es mir. Und wenn es dann nicht Millionen Leute machen, dann geht es ja auch. Ja, das war so ein bisschen Inspiration zum Thema Waldbaden. Vielleicht konnte ich ein bisschen dich, euch begeistern und schaue ich gleich nochmal in den Chat. Ich habe wie immer natürlich drei Fragen an dich, um den richtigen Ort zu finden, was natürlich abhängig davon ist, ja, wie hoch ist jetzt dein Stresslevel, dass du sagst, ich finde die Zeit gar nicht. Weil, wie ich schon so häufig hier in der Karriere nach Mars gesagt habe, schon allein, wenn man zum Beispiel vom Büro nach Hause fährt, vielleicht mal zu überlegen, mal einen anderen Weg anzuschlagen oder, ja, einfach mal anzuhalten an irgendeiner Parkanlage und zu sagen, ich gehe mal kurz da durch. Also die Viertelstunde, die 20 Minuten, die nehme ich mir, ob ich jetzt irgendwo an der Ampel an der Baustelle im Stau stehe oder eine Busverspätung habe, ja, oder ob ich einfach mal ganz kurz durch diese Natur hier laufe, es wahrnehme. Aha, jetzt zum Beispiel, es ist alles winterlich, ja, alles kommt zur Ruhe. Auch eine tolle Erfahrung. Ja, direkt hinterm Haus, das sind natürlich super Sachen. Ich muss ungefähr 400 Meter laufen, dann bin ich in den Flussauen, also es ist auch nicht allzu weit und kann, ich habe da auch, ich kann im Prinzip die Ruhe entlang, die kann man ja bis zur Ruhequelle an der Ruhe entlang laufen oder mit dem Fahrrad fahren. Ich kann aber auch durch diese Flussauen quasi bis zur Rheinmündung, das sind so ungefähr sechs Luftkilometer, aber viel, viel mehr zu laufen, weil es natürlich der Fluss sich unheimlich schlängelt und dann quasi sich mit dem Duisburger Hafen, mit dem Binnenhafen im größten hier in Europa, ist er glaube ich noch, ja, dann irgendwo zu vereint, ist das auch eine spannende Sache. Also man kann durchaus da ziemlich viel machen und ehrlich gesagt, ich kenne auch genügend Parkanlagen, wo ich dann irgendwann mal gesagt habe, jetzt gehst du da mal durch und habe dann gedacht, so was Schönes mitten hier in der Stadt oder direkt auf dem Weg, man macht es viel zu selten. Ja, also vielleicht einfach mal, ja, so einen kleinen Muntermacher mal für morgen oder so hinstellen, egal bei welchem Wetter. Ja, damit drei Fragen. Ist die Zeit knapp? Ja, wie sieht es dann aus mit eben auch einem kleinen Park? Und wenn es wirklich nur, wir haben hier zum Beispiel so kleine Parkanlagen, wo irgendwo, ja, ich weiß nicht, nach dem Krieg oder im Krieg was zerbombt wurde und dann nie wieder bebaut wurde, das sind dann so Sachen, quasi nur eine Hausbreite und einmal ums Eck irgendwie 100 Meter oder so was, eine Bank dabei und so weiter. Aber auch das ist eben schon Natur. Also da sollte man, ja, keine Ausrede vorziehen. Stadtpark oder ähnliches. Ja, zweite Frage. Und ich glaube, die ist eine, die vielen Menschen schwerfällt, wenn sie es noch nicht so gewohnheitsmäßig machen, fällt die Achtsamkeit schwer. Also dass ihr sagt, naja, ich gehe jetzt da hin in den Wald und dann denke ich an meine To-Do-Liste. Dann hole ich den To-Do-Ist raus, ja, schaue auf mein Smartphone, außerdem checke ich mir noch schnell die E-Mails und zack ist man natürlich wieder nicht da, wo man sein wollte, in der Natur und kann auch nicht abschalten. Dann bringt uns der ganze Spaziergang nichts. Dann mag es vielleicht sein, ausnahmsweise ganz leicht Meditationsmusik zu hören. Also findet man ziemlich viel, hier auch auf YouTube oder sowas, die vielleicht aufs Handy runterzuladen, ein Stück, das dann vielleicht 20, 25 Minuten geht und was dann mal über die Musik auch, ja, den Herzschlag ein bisschen runterbringt, ja, das senkt uns dann so ein bisschen ab. Das mag auch helfen, in diese Achtsamkeit, in den Modus reinzukommen oder sich eben bewusst den Fokus auf bestimmte Bäume, Steine, Vogelarten oder Ähnliches eben auch zu setzen und auf Wolken zu zählen. Ja, funktioniert genauso, dann ist man relativ schnell da, wo man sein sollte. Also nicht umsonst gibt es ja diesen schönen Spruch, zum Einschlafen die Schäfchen zu zählen, ja, dann haben wir die Fokus auf den Schäfchen und zack kann der Körper abschalten, also wunderbar gemacht. Ja, und dann ist für die letzte Frage, vielleicht ist es auch lieber etwas für dich gemeinsam, dann gründe doch einfach eine Gruppe. Auch hier habe ich, ich habe jetzt nicht eine Gruppe gegründet, aber ich habe so eine informelle Gruppe und zwar haben wir so festgestellt, im letzten, im Jahrhundertsommer bin ich sehr gerne zum Sonnenuntergang an die Ruhr gegangen und ja, ich habe immer die gleichen Menschen getroffen, dann grüßt man sich halt, ja, wie das so ist, auch wenn man sich gar nicht so kennt und irgendwann bin ich stehen geblieben und man hat sich einfach mal unterhalten. Ja, und dann stellt sich eben raus, ja, alle gehen zur gleichen Uhrzeit, ja, und dann guckt man halt natürlich, dass man diese Uhrzeiten auch nutzt. Mit einigen war ich dann auch zusammen schwimmen, wir haben so ein Naturbad direkt neben dem Park, weil man, ja, dann hat man sich eben für Sonntagnachmittag verabredet, dort sagt, gut, wir gehen immer sonntags schwimmen. Also dann ist man auch nicht alleine, hat einen Vorwand, ja, und sagt, Mensch, ich kann den anderen nicht enttäuschen. Auch das ist ja einfach möglich, ja, oder im Zweifelsfall mal den Nachbarn, den Kollegen oder die Kollegin fragen, ne, mal Lust auf einen kleinen Spaziergang. Ja, muss also nicht unbedingt die formale Gruppe sein, man muss auch kein Wanderverein sein, sondern es reicht durchaus sich, ja, ne, mit jemandem, der, ne, üblich seine Hunderunde geht, vielleicht sind da ja auch ein paar sympathische Menschen drunter, mit denen man so auf einem Level gerade vielleicht irgendwelche Gesprächsthemen hat. Auch das bringt einen wesentlich dann runter. Ja, dann gucke ich mal jetzt einfach noch in den Chat und bringe schon mal so ein bisschen nochmal den Ausblick auf die nächsten Themen. Das, was abgehakt ist, hatten wir alles schon. Im nächsten Monat, im Februar, gibt es mal wieder richtig was zum Thema durchstarten, nämlich Next Level, aber wie? Und das möchte ich nicht unbedingt nur auf ein berufliches Vorkommen beziehen, sondern zu sagen, okay, ich bin bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Allerdings nicht nur eben eine Selbstoptimierung mit Smartwatch und Ähnliches zu schaffen, sondern sich eben zu fragen, okay, was ist denn jetzt sinnvoll, um, ja, sich das nächsthöhere Ziel zu setzen, eine nächstbessere gute Angewohnheit, ja, oder Ähnliches. Ja, gut, Fragen haben wir nicht mehr im Chat. Dann bleibt mir nur der Ausblick auf die nächsten Themen. Ich freue mich immer über Themenvorschläge. Entweder an nickel.2nc.de oder an team.silvianickel.de war notwendig. Mir ist mal der Postserver unter 2nc leider mal geknackst worden und irgendwie, ja, kommen, also irgendwann versinken wieder meine E-Mails ab und zu bei irgendwelchen Dienstleistern, weil die dann auf so eine, ja, schwarze Liste kommen, die Domain. Das ist sehr ärgerlich und, ja, passiert halt, wenn man Websites betreibt. Dann kann das auch mal geknackt werden. Gut, ja, ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch einfach, ja, genießt das Wetter, genießt den Winter, ja, traut euch, geht einfach häufiger mal Wald baden, bringt euch was mit, macht euch einen kleinen Alltag quasi eurer Mitbringsel, die ihr dann auch irgendwann ja mal wieder irgendwo anders aussetzen könnt. Man muss ja nicht jetzt eine Stein- oder Blättersammlung aufmachen. Es darf ja ruhig auch etwas sein, was dann vergänglich ist. Ja, ich bedanke mich bei euch und, ja, wünsche euch, ja, für die nächsten vier Wochen erst mal frohes Schaffen. Vielleicht sehen wir uns auch noch vorher im einen oder anderen Webinar. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Miriam Tschüss. Ich habe Angst. Ich bin口. Ich bin einあれDD, gens UNTED, Vielen Dank.